Guck mal raus, komm mal zu mir. Hi, Lieb. Guck mal raus, komm. Aber diesmal habe ich das. Oh, guck mal, der bleibt da drin. Ist das so schön da drin? Ja? Das ist schön da drin, ne? Ja, muss keine Angst haben. Hast du Angst ein bisschen? Muss keine Angst haben. Tut dir nichts, das ist nur eine Kamera. Heute bist du den ersten Tag hier, ne? Bei den Laustern. Du wirst für immer hier bleiben. Und die Erdbeerewache ist schon mal dein Freund. Genau. Dein Zuhause, ne? Das ist schön kuschelig und dufte. So. Ja, bitte. Du wirst auch nicht mehr auf den. Was ist für nur, wenn du dich noch mal rauskriegst? Du bist ja mal r's. Jungen, das ist ja mal r's. Ich glaube, dass du auchorf. Du bist ja mal r's. Vielen Dank.